Hallo und herzlich willkommen zurück zu South Park Stick of Truth. Wir haben gerade den Fürsten von Quebec, glaube ich. Irgendwen von Quebec. Ach Quatsch, von Montreal. Wir haben jemanden. Ah! Okay, entschuldige. Ich musste gerade weglaufen. So, ähm. Achso, nö, wir müssen einfach wieder zurück. Dann sind wir hier fertig. Tschö. Ach, Gott sei Dank. Ich habe wieder andere Musik. Hallo. Wie gemein. So, jetzt einfach wieder runter. Ja, gehe ich von aus. Ja, ja. Guck. War doch alles richtig. Ich weiß gar nicht, was du hast. Tja. 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 Ich will jetzt in die Kanalisation. Ich weiß nämlich, dass da auch noch was ist, was wir auch noch ausbrechen müssen. Können wir da noch? Ja, nehmen wir. Wenn das hier so rumliegt. So, wo kommen wir denn in die Kanalisation? Hier? Da, ne? Da ist ja gut die Decke. Ja. Ich will erst mal nach unten und danach gehen wir zu den Mädels. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich auch. Schon zwei oder dreimal oder so. So. Ich hoffe, ich finde das jetzt auf Anhieb. Wahrscheinlich verlaube ich mich erst mal. Schneller. Oh, da hinten war's. Oh, da hinten war's. Oh, bin ich mir recht sicher. Hier weiter. Hier hoch. Äh. Äh. War das jetzt richtig? Oh. Hä? Warte mal. Wo geht's hier hin? Äh. 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 Warte mal. Ich muss das doch irgendwie wiederfinden können. Äh. Äh. hallo achso dann müssen wir runter dann müsst ihr runter runter dass der auch nie sagt was man macht was immer neben sagt da war gar nichts bei hallo da und wie was aus Gerne. Geschehen. Uh, was haben wir denn da? Ja, ich habe gesehen, was ich gekriegt habe. Was haben wir hier? 70 Rüstung? 100 Rüstung? Toll, jetzt sehe ich so schick aus und jetzt muss ich aber... Ja, gut. Wir, ja, nützt nichts. Wir müssen jetzt scheren und so. Ja, auf jeden Fall. Ich bin so schön, so schön, so schön, so schön. Oh, warte mal. Ähm... Ob ich mir das denn jemals merken kann, wie das geht? Ändern. Auflegen. Zurück. Da brauchen wir aber auch wieder ein neues... Ja, das sieht reichlich bescheuert aus. Hier, komm, nimm das einfach da dran. Das gehört ja irgendwie dazu. Also... Quatsch. Ändern. Ja, das ist schon... Boah, wir machen hier immer Schockschaden, ne? Wir nehmen mal das. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Wunderbar sehen wir aus. Ganz wunderbar. Äh, so. Gesicht. Wir haben nur die beiden Sachen. Passt aber irgendwie besser. Ja, das muss so. Wir sind ein wunderschönes Mädchen. Hm. Ich dachte, das könnten wir vielleicht auch kaputt machen. Hätte ja sein können, oder? Ich weiß aber nicht, wo wir noch sowas hatten. Hm. Sieht wunderschön aus. Wollte ich ja mal sagen. Achso, zu den Mädchen müssen wir. Zu den Mädchen. Ähm. Immer da noch. Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Jawohl! Wir müssen dann auch immer noch den einen Obdachlosen finden, der uns noch fehlt. Aber wo? Wo sollen wir den finden? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Egal. Wir helfen erstmal dem Neuen. Dem Neuen? Wir sind der Neue. Wir helfen erstmal den Mädchen. Wenn wir irgendwann da ankommen sollten. Und weil wir das gemacht haben. Dann... Komm. Ähm. Nein! Da müssen wir... Warte, warte, warte. Warte, warte. Wir müssen erstmal da hin. Äh. Ja. Renn vorbei. Oh nein, wir müssen... Ja. Ja. Du sollst nicht irgendwelche Haufen oder so? Wieso habe ich süß da hin? Ich will viel Lebens. Was? Ja. Dann einfach mal gar nicht aufpassen. Auch gut. Komm, die kriegen wir so klein. Scheiße! Ja. Immer wieder sammeln. Ich... Ich... Ich fühle mich eigentlich ganz gut so als... als... Mitkämpfer. Autsch! Er hat Bomben nach uns geworfen. Spinnt der? Können wir nicht einfach so zwischendurch hier, ne? Jawohl! Ich glaube, das fällt dann auch, oder? Wenn... Ich denke, ich komme nicht. Ja! Den zweiten brauchten wir eh nicht mehr. Alles nehmen! So. Jetzt kommen wir zu Tim. Hallo! Ich habe da was gefunden in Kanada. War nur für dich in Kanada. Hallo! Ich auch nicht. So. Ähm. Haben wir hier eigentlich irgendwas, was toll ist? Ein Katana? Ein Katana! Schade. Ja. Wir haben genug Asche. Kaufen wir mal. Kaufen wir mal. Ähm. Warte. Was haben wir denn noch an Aufklebern? Eiserner Schwertgriff. Hm. Obwohl. Wer hat 25% mehr Schaden ab, wenn du blockst? Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, ich vergesse meistens eh ein bisschen zu blocken. Also nicht vergessen ist das falsche Wort. Ich vergesse das nicht, aber irgendwie fällt mir das sehr schwer. Ja. Schließen. Oh. Wir haben eine Freundschaftsanfrage von Jimbo. So. Ändern. Ablegen. Und das hier auch ablegen. Und wo ist das Katana da? Ändern. Was haben wir hier? Fickball perfekte Angriffe. Ja. Wir machen ja oft perfekte Angriffe. Okay. Ähm. Badum. 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 Das scheint nicht so ein guter Traum zu sein, den du da hast. Ich schätze mal mit Jimbo's Schlüssel. Komm, wir ehren. Oh nein, echt jetzt? Wir haben uns gerade einen Katana gekauft. Die kann weniger? Achso, ja, okay, das können wir ja... Warte. Bist du viel Zähne, dann nehmen wir... Ich weiß ja nicht. Nein. Nein. So, die Axt kann natürlich auch viel weniger als wir, also als das Katana. Wie sieht denn der aus? Mano! Nicht mehr als der. Ich bin ein bisschen traurig jetzt. Wer will so eine geile Axt haben, wir müssen ja die Axt nehmen. Es geht ja gar nicht anders. Wie kann ich das denn jetzt? Mensch, schönes Kinder! Ich weiß nicht, ob die Axt da drin ist. Vor allem mit dem Outfit ist besonders geil. Okay. Wir müssen die Axt nehmen. Ich kann ja auch nichts dafür. Toll. Kommen wir gar nicht durch. Doof. Bitte. Man rennt da irgendwo gegen. Also wirklich. Das gibt es doch nicht. So. Dann gehen wir mal zu den Mädchen. Mädchen. Wo sind die denn? Da. Toll. Da ist auch nichts in der Nähe. Kommen wir mal dahin. Müssen wir halt ein bisschen laufen. Ist halt so. Diese Axt. Ich habe es vergessen. Manno. Zu sehr dienen viel, viel olaskischer Walshänge. Nö. Na gut. Ich ziehe aber wieder das an. Hier gibt es einfach viel zu viele Outfits, die gut sind. Das ist echt nicht gut. Nein. Das ist doof. Egal. Wir lassen das jetzt an. Hier. Hallo. Ich bin pink. Mögt ihr mich jetzt lieber? Äh, ja. Yippie. Was wollen sie jetzt? Ich wollte ja auch irgendwas anderes. Mädchen. Schöne. Schöne. Hier steht fünf Frauen. Das war die da. Und hier steht Nancy Turner. 3.30 Uhr. Das ist Heidi's mom. So Heidi Turner war die Two-Faced Bitsch. Die evidence ist irrefutable. Danke, New Kid. Wir wissen jetzt die Heidi Turner. All along war die Sprengen. Freak'n whir. Two-Faced Butt-Rag. Fuck Heidi Turner und die Two-Faced Ass. Ihr seht überhaupt nicht, wie ich mit den Augen rolle gerade, ne? Danke. Danke. Sehr gut. Die dürfen wir jetzt hier mal frei bewegen. Ah, was habt ihr denn so? Ein Knetrigen, toll. Ein Klingel, der... Okay. Chakram? Chakram? Was ist das? Was ist denn das? Keine Ahnung. 6 x 500. Aha. Ich bringe 6 Seelen, die immer so lange nach 3 übrig sind. Mhm. Der Originalbesitzer hat noch 3 davon. Und dann würde ich es nicht vermissen. Ist doch eine Radkappe. Okay. Finde ich aber alles nicht gut. Ach. Hallo? Ja. Eine Prinzessin zu sein wäre schon schön. Nein. Wir behalten jetzt, was wir haben. Obwohl es Leder... Lässt Feinde kotzen? Bah, ist das ekelhaft? Bah, siehst du ekelhaft aus? Ich gehe die Bah. Perücke der verwöhlten Hure. Ja, okay. Die brauchen wir. Nehmen wir passendes, äh, ne. Ranken mit blauen Blüten. Ranken mit rosa Blüten. Schmetterling. Glitzerfarbe. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen die. Und, ähm, Ranken mit blauen Blüten. Nö, und das. Das zieht man gleich an. Äh. Mensch. Ein Ehevertrag. Jeder... Lebensablass. Jeder Ergriff sagt, tonner tp von deinem Ziel. Aber das ist ja nicht schlecht. Okay, warte. Ähm. Gut. Das sieht man jetzt mit der Mütze nicht so richtig. Äh, wo ist es da? Jetzt, aber dann, ähm. Müssen wir leider weglassen jetzt erst mal. Ach, jene. Ja. Sehr gern geschehen. Auf jeden Fall. Das versuche ich ja gerade. Ich will mit euch allen befreundet sein. Ihr seid so toll. Hallo? Du bist auch toll. Puh. Das ist richtig. Hallo. Hallo. Auf jeden Fall. Ich denke immer tiefsinnig. So, wieso haben wir jetzt schon wieder was Neues? Was soll denn der Kack? Nein, wir lassen jetzt erst mal das noch eine Zeit lang an. Und dann ziehen wir uns einfach... Wir ziehen uns in der nächsten Folge um. Was haltet ihr davon? Also für die nächste Folge. Dann haben wir dann mal gehören und Zeug an. Ach, da sind die drin. So sieht das aus. Krass. Ja. Nächste Folge ist übrigens bald. Weil diese Folge ist zu Ende. Ich bin so logisch. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Und lasst mir da, was ihr wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.